Musik 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 Ähm, Kapitän? Musik 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 Wo geht es hin? Ich habe in unserem Piratenkeller ein komisches Gedicht gefunden. Was interessiert mich, Gedichte? Das ist ja von Raupe, der regnet. Von meinem Vater. Es könnte ein Aufwandschatz sein. Ein Schatz nur für mich. Nee, für alle Piraten. Für alle Piraten. Wir haben es dir schließlich gezeigt. Wir waren leise. Wir waren immer allein. Musik Wir gehören zusammen. Ich gehöre zu. Keiner braucht allein zu sein. Ich gehöre zu. Ich gehöre zu. Ich gehöre zu. Ich gehöre zu. Mein Schatz. Das ist mein. Ja, ja. Komm, wir schlafen. Ich gehöre zu. Das ist ein Schatz. Wir haben ein Schlablabon. Schläfe, Klap unt. imer-schlafen-schlafen-schlafen-schlafen-schlafen-schlafen-schlafen-schlafen-schlafen. Ich gehöre zu viel. Musik 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 Oh, 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 oh... Hey Leute, ich glaube das Kämpfe hilft gerade nicht, wir müssen glaube ich zum Insekretär führen. Okay, wir rein, jetzt los! Ja! Okay, da ist niemand, ich glaube die sind da hinten bei diesen Häusern, alle los! Sie kommen, Sie kommen! Detektive, wir tun euch nichts, macht eure Waffen weg, wir wollen euch nur was zeigen. Du könntest diesen Text vielleicht lösen. Ja! Bei uns am Du weißt schon Platz? Okay! Wie denn? Trucker! Großer Schatz! Okay, dann suchen wir beide ihn. Okay, komm! Schnell auf die Jagd! Los geht's! Los geht's! Wo geht's hin? So machten sich Detektive und Piraten auf, um das Rätsel des alten Raubeins und seines Schatzes zu lösen. Ob sie es ohne den Kapitän schaffen können? Rätsel steht! Du weißt schon Platz! Wo soll das sein? Wo soll das sein? Hm! Ich glaube, irgendwo hier, aber... Oh, wie cool! Ein Piratensteuerbraten! Oh, das ist ja eine Prinzessin! Oh, da ist so eine kleine Höhe! Vielleicht ist da ja das, Schatz! Da liegt eh nichts drin! Aufpassen, Leute! Im Gedicht stand irgendwas mit Fallen! Ah, ah, ich hab mich noch falsch gesehen! Dankeschön! Bitteschön! Ey, Leute! Wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt schon Platz? Ich weiß nicht! Ich weiß es auch nicht! Dann müssen wir ja den Kapitän fragen, der ist das Einzige, der es weiß! Ja, dann auf geht's! Der Kapitän, denkst du, dass er nicht böse auf uns ist, wenn wir den fragen? Ähm, ja, eigentlich schon, aber ein Versuch ist es doch wert! Wir haben es ja schließlich geheim gemacht! Kapitän! Wo ist er? Du weißt schon Platz! Mein Schatz! Sag es uns! Sonst verdrehen wir dich! Nein! Sofort! Niemals! Sonst bist du nicht mal unser Kapitän! Wir suchen ihn zusammen! Okay, kommen wir mit! Na los! Schnell dich auf! Na los! Aber zack, zack! Ah! Ich weiß nur, so war ich schon Platz! Ah! Ich weiß nur, so war ich schon Platz! Ah! Wastel! Ja, 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 ja! Gib mir mal den Blut! Oh, darf ich doch mal den Blut! Mein Schatz! Er rührt uns allen! Er gehört wirklich an allen! Danke! Gib mir das schwer! Uh oh! Oh! Ah! Scheiße! Ja! Ja! Die Sieg, die Sieg hinter denumen。 Ja! Ja! Ker! Ja! Ich kann mich auf das. Fort Kno, und du wir siehst. Was ist denn hier? Hey, pass auf! Wenn wir uns einfach nicht einigen, die Piraten kriegen einen Schatz und die Detektive. Warum nicht? Die Piraten kriegen einen Schatz und die Detektive sind guter. Hau, kriegen wir keinen Ganzen! Was ist denn das für ein Schatz? Das sind deine Eltern? Der Kapitän und sein Bruder, die als Waisen zur Welt kamen, hatten nun endlich ein Bild ihrer lang verstorbenen Eltern. So war der größte Schatz vom alten Raubein am Ende seine Familie. Und was noch schöner war, am Ende dieser wilden Schatzjagd merkten der Kapitän und sein Bruder, dass sie eine neue Familie hatten. Ihre Mannschaft, ihre Regnetz-Piraten. Keine Operation, keine braucht allein zu sein. So, fertig, der nächste. Elf! Wir wünschen euch ein schöner Weihnachten! So, natürlich! Mahan Giovanni! Höll functioning! So! 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 Vielen Dank.